Hallo zusammen, willkommen auf meinem Kanal. Heute werde ich ein weiteres tolles Video von Ken Yaman und Özge Gürül mit Ihnen teilen. Liebe Zuschauer meines Kanals, bevor Sie zu unserem Video übergehen, vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren, mein Video zu liken und zu teilen. Der charismatische Schauspieler Ken Yaman sorgte mit einem öffentlichkeitswirksamen Ausbruch gegen seinen ehemaligen Partner Özge Gürül für Aufsehen und löste damit eine dramatische Wendung der Ereignisse aus, die Schockwellen in der türkischen Unterhaltungsindustrie auslöste. Das innige Gebet um Ken Yamans Reaktion ist zum Mittelpunkt von Boulevardzeitungen und Klatschkolumnen geworden und bietet einen ungefilterten Blick auf die Komplexität und ungelösten Spannungen, die oft entstehen, nachdem Beziehungen öffentlich werden. Die aufrichtige Antwort auf Ken Yamans Gebet ist zu einem zentralen Thema in Boulevardzeitungen und Klatschkolumnen geworden und bietet einen ungefilterten Blick auf die Komplexität und ungelösten Spannungen, die im Zuge ihrer oft öffentlich gemachten Beziehung entstehen. Die sich entwickelnde Saga begann damit, dass Ken Yaman einen aufrichtigen und emotionalen Beitrag auf seinen Social Media Content veröffentlichte. Der für seine schüchterne Haltung bekannte Schauspieler hielt sich nicht zurück und drückte seine Enttäuschung und sein Gefühl des Verrats nach den jüngsten Ereignissen mit seinem Ex aus Partner Özge Gürül, ist der Punkt, an dem seine Gefühle sowohl gefiltert als auch ungefiltert zum Ausdruck kommen. Ken Yamans Beitrag mit der Aussage enthüllte die Beschwerden, die er hegte, und war der Punkt, an dem er die Tiefe seiner Beziehung zu seinen Anhängern und den Medien offenbarte. Ken Yamans, das einen gefilterten Blick auf die Probleme bietet, ist der Punkt, an dem er keine Probleme mit Serkan Keoglu und Özge Gürül hat. Der großartige Blick auf Özge Gürül und Ken Yamans und das wunderbare neue Serienprojekt sorgten in den sozialen Medien für großes Aufsehen. Liebe Follower, vielen Dank, dass Sie sich unser Video angesehen haben. Auf Wiedersehen, wir sehen uns in neuen Videos. Auf Wiedersehen, wir sehen uns in neuen Videos.